Hallo zusammen, ich bin Jasmin Kosebeck und ich spreche gerne mit interessanten Menschen über interessante Themen. Heute geht es um den deutschen Rechtsstaat. Er gilt als Säule, als tragende Säule unserer Demokratie und wurde über die letzten Jahre immer wieder auf die Probe gestellt. Ich sage nur Masken, Impfpflicht. Ich will erfahren, was sich vor allem in den letzten Jahren in der Rechtskultur und der Rechtsprechung verändert hat. Und darüber möchte ich sprechen mit Professor Dr. Thomas Michael Seibert. Herzlich willkommen. Ich stelle Sie einmal vor, damit die Leute auch wissen, was sie eigentlich schon alles im deutschen Rechtsstaat geleistet haben, auf den man sich ja auch sehr gerne sehr viel einbildet. Wir wollen mal heute erfahren, ob zu Recht. Sie haben in den 70ern Recht und Philosophie in Berlin und Mainz studiert. Sie sind gebürtiger Westberliner, leben aber jetzt schon seit 20 Jahren in Frankfurt. Frankfurt, Verzeihung. Sie haben auch promoviert zum Thema Fachsprache in der Juristenausbildung, mal so am Rande erwähnt. Sie haben 30 Jahre lang als Richter in Zivil und später in Strafsachen am Landgericht in Frankfurt gearbeitet. Das war in den Jahren 1982 bis 2011. Mit einer kurzen Unterbrechung waren Sie auch am Oberlandesgericht. Sie haben lange und viele Umweltstrafsachen gemacht. Darüber können wir dann vielleicht auch noch über Ihre eigenen Erfahrungen da sprechen. Und seit den 90ern haben Sie Lehraufträge und unterrichten Rechtsprechung und Rechtsphilosophie an der Universität Frankfurt. Frankfurt außerdem moderieren Sie die Sendung der Rechtsstaat auf Kontrafunk. Und Sie sind Pressesprecher im Verein Kritische Richter und Staatsanwälte, kurz Christa genannt. Wahrscheinlich wird diese Einleitung Ihnen gar nicht gerecht. Mit 30 Jahren Erfahrung als Richter stelle ich mir vor, dass Sie da so einiges erlebt haben. Was waren denn da Ihre beeindruckendsten Fälle, die Sie da behandelt haben und auch über die Sie urteilen mussten? Das Strafrecht serviert die beeindruckenden Fälle. Hauptverhandlungen, in denen man viele Stunden mit Angeklagten, Verteidigern, Staatsanwälten verhandelt, über Anklagepunkte, die meterweise Akten ausfüllen, berühren. Einfach deswegen, weil es lange dauert. Und haben natürlich auch teilweise wirklich dramatische Konsequenzen. Ich war auch als Schwurgerichtskammer tätig. Sagen wir mal so, der schlimmste Fall war derjenige, wo ein amerikanischer Soldat seine Frau und seine beiden Töchter mit jeweils 80, 20 und 7 Messerstichen ums Leben gebracht hat. Das ist unvergesslich, aber nicht nur das. Auf der anderen Seite stehen Verfahren, in denen kein Blut floss, sondern es fast ausschließlich um Geld ging. Betrug. Und das hieß schon seit Anfang der 80er Jahre dann, verbunden mit Umweltbeligten. Hinter denen es am Ende immer um Geld geht. Weshalb Betrug ein Tatbestand ist, der alt ist und auch immer wieder zur Anwendung kommt. Also ich habe mich beschäftigen müssen, einmal mit dem Ausbringen von Teerstoffen in Innenräumen, Holzschutzmittel genannt, die in den 70er und 80er Jahren gerne in Eigenheimen verstrichen worden sind, auf Holzverschalungen, die man sich anbrachte. Und das schien gut auszusehen. Und es haben auch viele unbeschadet überstanden. Das ist ähnlich wie mit der Impfung. Einige sind freilich erkrankt, manche schwer erkrankt. Das gab 1992, 1993 ein Umweltstrafverfahren mit einer Verurteilung, die der Bundesgerichtshof später aufgehoben hat. Das Verfahren ist einverständlich geendet. Das heißt, es wurde Geld bezahlt? Ja. Eine gütliche Einigung? Die Pharmaindustrie hat einen Lehrstuhl in Gießen finanziert. Aber was hat jetzt die Pharmaindustrie mit dem Holzleim zu tun? Sie hat ihn hergestellt, beziehungsweise eine Tochterfirma damals. Ah, okay. Und dahinter standen führende Pharmakonzerne, nicht nur der Bundesrepublik Deutschland. Das ging auch lange durch die Presse, war ein zentrales Ereignis damals im beginnenden Umweltstrafrecht. Ich hatte später nochmal damit zu tun, unter dem Aspekt der umweltgefährdenden Abfallverschiebung. Und es ging um eine aus der DDR stammende Anlage, die den eindrucksvollen Namen Schwarze Pumpe regt und manchen bekannt ist. Nach der Wende Sekundär-Rohstoffverwertungszentrum hieß und der Aufarbeitung von umweltschädlichen Giftstoffen dienen sollte. Aber auch von Altöl. Altöl wurde bezahlt. Die Giftstoffe hätten gegen Bezahlung verarbeitet werden müssen. Und bemerkenswerterweise stellte sich eine Situation ein, die ein Kriminalist sich ausmalen kann, aber die Verwaltung der Länder Brandenburg und Berlin damals nicht. Es wurden fast lauter Altöle angeliefert, sodass die Länder und die Anstalt selbst zahlte. Tatsächlich waren das Giftstoffe. Verhandelt worden ist es hochstreitig. Es ist verurteilt worden wegen Betrugs. Aber im Ergebnis nicht wegen Umweltstraftaten. Das war für mich auch durchaus eindrucksvoll, muss ich sagen, zu sehen, dass die Polizei in ihrer Ermittlungstätigkeit Partei ergreift und sich mit den Sprüchen des Gerichts nicht mehr befassen will, es scheinbar besser weiß. Und man muss dann sagen, dass Staatsanwältinnen, die damit befasst waren, weil sie auch in ihrer Arbeitsfähigkeit und in ihren Möglichkeiten viel beschränkter sind als die Polizei, die über den Apparat verfügt, dem folgen. Das heißt, die Staatsanwalt folgt der Polizei und der Ermittlung. Jetzt denke ich mir so, okay, wo ist das Problem? Die sollten unabhängig voneinander arbeiten und die Staatsanwaltschaft sollte eigene Arbeit in die Ermittlung, weiß ich nicht, sollte eigenständig da tätig sein? Es ermittelt die Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft in der juristischen Ausbildung für das Strafrecht. Lehren wir und versuchen, den Gedanken beizubringen, dass es eine Rechtskontrolle für Ermittlungstätigkeit geben sollte. Deswegen sind die Staatsanwälte eingeschaltet. Wir haben jetzt zuletzt erlebt und Sie haben es in der Anmoderation erwähnt. Der Fall Ballweg ist verhandelt worden als Betrug mit unzureichenden und rechtlich falschen Voraussetzungen, die dazu geführt haben, dass noch während der Untersuchungshaftzeit nachermittelt wurde mit zweifelhaften Methoden. Bis, wir werden sehen, ob das standhält und zu welchem Ergebnis das führt, in diesem Moment weiß man es nicht, jetzt das Landgericht im Stadium der Eröffnung eines Hauptverfahrens darüber kritisch entschieden hat. Das ist die notwendige Unabhängigkeit und Distanz, die zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und Polizei eigentlich stehen müsste. Und von der man sagen muss, dass sie uns aus organisatorischen und technischen Voraussetzungen abhandengekommen ist. Also die Staatsanwaltschaft, wie Sie sagen, ist von der Polizei abhängig. Aber wenn Sie sagen, dass die Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft ermittelt, dann ist doch da eine durch das System nachvollziehbare Abhängigkeit ja in gewisser Weise gegeben, oder nicht? Juristisch pflegt man zu sagen, normativ. Also von der Gesetzes-, von der strafprozessrechtlichen Lage haben Sie recht. Das ist das, was man im ersten Staatsexamen zum Gegenstand der Prüfung macht. Und die Referendare, die dann in die Station kommen, merken erst an dieser Stelle, dass ihnen fertige Akten serviert werden, bei denen man im Grunde nur noch entscheiden kann, an Einstellung oder Anklage. Oder Einstellung oder Auflagen gibt es auch noch. Ja, das ist Erfahrung der strafrechtlichen Praxis. Die muss man machen. Deswegen geht die Norm weiter. Und sie ist auch wichtig. Ich habe ja gesagt, es müsste eine Rechtskontrolle der Ermittlungsarbeit geben und nicht den Verfolgungseifer. Der darf nicht dominieren. Also eine Kontrolle der Ermittlungsarbeit der Polizei, die unabhängig von der Staatsanwaltschaft ist, weil die Staatsanwaltschaft die Polizei beauftragt zu ermitteln. Das ist ja dann, sonst dreht sich ja alles im Kreis. Das heißt, es müsste von außen jemand die Ermittlungsarbeit der Polizei kontrollieren. Okay, das macht doch eigentlich, wenn ich mir so vorstelle, ich war ja noch nie vor Gericht, wenn ich mir so vorstelle, das macht doch dann der Anwalt, also der Verteidiger. Der kontrolliert doch die Ermittlungsarbeit der Polizei. Nein, der hat eine, man muss es leider so sagen, auch wenn manche Verteidiger, Anwälte einen anderen Anspruch in der Öffentlichkeit haben, aber die wissen das auch. Der Verteidiger hat eine ganz schwache Position, eigentlich gar keine im Ermittlungsverfahren. Er ist mehr oder weniger machtlos, was sich daran zeigt, dass es tatsächlich, ich habe das selbst erlebt auch, auch Haftzeiten von einem Jahr, von zwei Jahren, oder wie im Fall Habeich, jetzt von anderthalb Jahren gibt, bei denen man sich anschließend fragt, wofür eigentlich? Was passiert da? Vielleicht könnten Sie den Fall Habeich noch einmal kurz erläutern, damit die Leute auch mitkommen. Ich glaube, es handelt sich dabei um den Arzt, richtig? Der die Impfzertifikate ausgestellt hat. Ein absolut postmodernes Ereignis, könnte man sagen. Man hat zunächst einen alten Tatbestand uminterpretiert, dann ohne parlamentarische Diskussion einen neuen erweiterten Tatbestand in die Urkundendelikte eingefügt, und wonach dann im Ergebnis die Verwendung von Impfzeugnissen für Impfungen, die nicht stattgefunden haben, oder die Herstellung, die Bescheinigung davon, zur strafbaren Handlung praktisch unter allen Umständen geworden ist. Früher gab es die Einschränkung, dass das nur bei Behörden und Versicherungsgesellschaften eine Rolle spielen sollte. Das war der Reichsstrafgesetzgeber. Der stellte sich eine Berufsunfähigkeit vor, die beispielsweise mit willfährigen Attesten bescheinigt wird. Und im Fall Habeich ist das wohl so gewesen. Also ich schätze das ein als tatbestandsmäßige Handlung. Wobei die als solch auch gar nicht streitig war. Also dass er eben diese Zertifikate ausgestellt hat, obwohl keine Impfung stattgefunden hat, richtig? Das ist doch auch, was ist das dann? Ist das Betrug? Nein, nein, das ist Herstellung von unrichtigen Gesundheitszeugnissen. Aber noch interessanter wird es wieder. Also wir sind dann absolut im gegenwärtigen Prozess geschehen. Die Zertifikate für Mütter, die ihre minderjährigen Kinder nicht mit Maske zur Schule schicken wollten. Und die bei Ärzten gab jetzt zwei Verurteilungen. In Passau ein Verfahren in Nürnberg läuft. Auch dort stehen gravierende Freiheitsstrafen in Aussicht oder werden von der Anklagevertretung beantragt werden, weil der Arzt nicht die richtige Untersuchung durchgeführt hätte. Das heißt, die Staatsanwaltschaft, die Gerichte müssten sich anmaßen, besser als der Arzt zu sagen, unter welchen Voraussetzungen kann denn dein Kind eine Maske tragen. Und man glaubt es nicht, aber ich habe mich mit dem Verteidiger darüber unterhalten. Es gibt Vorsitzende von Strafkammern, die offenbar der Meinung sind, die Ärzte hätten die Kinder fragen müssen, wie sie das finden und ob sie das machen können. Und die Mütter sind keine verlässliche Quelle. Und das bezeichnen Sie als quasi postmoderne Rechtsprechung? Ja, man kann das Wort weglassen. Das ist eine zusammenfassende. Ich meine, die Theorieentwicklung stand mir immer nahe. Und man muss sagen, dass sich das Recht und die Rechtsprechung ändern. Das ist natürlich kein für Beobachterinnen von außen. Wie Sie, ist das eine selbstverständliche Angelegenheit? Weiß ich nicht, aber stelle ich mir so vor. Man sagt sich, die Anwendung des Tatbestands der Urkundenfälschung ist 1914 anders gewesen, als es 2022 sein wird. Also wie ich das verstehe, ich habe mir, und für alle, die das noch mehr interessiert, die können sich da natürlich die Sendungen der Rechtsstaat auf Kontrafunk anhören, weil da sprechen Sie eben mit den Anwälten, die in diesen Fällen involviert sind, habe ich auf jeden Fall. Und die zwei andere Fälle werden da auch diskutiert. Aber so wie ich verstehe und wie ich Sie auch in diesen Sendungen verstanden habe, ist, dass diese Urkundenfälschung durchaus ein Tatbestand ist, der bestraft gehört. War es genau? Ja, okay, genau. Darüber können wir ja dann reden. Aber was genau ist dann das Problem, was Sie dann in der Rechtsprechung sehen, jetzt mal im Falle habe ich? Der ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, zehn Monate in Untersuchungshaft saß? Länger jetzt, anderthalb Jahre. Ja, genau. Darüber kann man schon reden, ob das überhaupt notwendig ist für das, was im Raum steht. Aber dass er ja Urkundenfälschung begangen hat, ist doch eigentlich unstrittig. Oder soll ich jetzt mutmaßlich sagen? Nein, nein, nein. Ja, also rechtskräftig ist das Urteil nicht, aber wir können uns auch mutmaßlich gelegentlich sparen. Nach meiner Ansicht ist das eine oder war das die Herstellung unrichtiger Gesundheitszeugnisse. Wobei ich sagen muss, Strafverteidiger sehen das teilweise anders. Es gibt eine Fachdiskussion darüber. Die will ich aber nun jetzt nicht ausbreiten, weil das in die Einzelheiten führen würde, ob denn überhaupt diese merkwürdigen Impfzeugnisse solche sind, die im Rechtsverkehr eine Rolle spielten. Also du und ich, wir haben uns ja früher nie Gedanken gemacht, was ist dieses gelbe Büchlein? Verdammt nochmal, wo ist es überhaupt? Das brauchte man auch nicht. Das spielte nirgendwo eine Rolle. Und plötzlich wird es ein Zertifikat, das überhaupt erst das Betreten eines Warenhauses oder eines Lokals gewährt. Das ist eine Karriere, über die man strafrechtlich diskutieren kann. Also die Karriere des Impfzeugnisses. Die begriffliche Karriere, das mache ich jetzt mal nicht. Der Skandal, ich habe das mal so genannt, besteht in der Strafzumessung. Also das ist, die Urkunstdelikte sind Tatbestände des Strafgesetzbuchs seit 1871. War es vorher auch schon in dem damals oder im 19. Jahrhundert geltenden Strafrecht. Aber im Wesentlichen ist das fast 150 Jahre alt. Und ja, was man da bei nicht vorbestraften Angeklagten als Strafe, die Praktiker sagen, auswirft, das wurde vor noch nicht allzu langer Zeit strafrechtskritisch modern überdacht. Etwa unter dem Gesichtspunkt, das Gefängnis schadet allen. Das Gefängnis bessert nicht, anders als die Präventionslehre es gelegentlich uns darstellen will. ist verhütet nicht und es führt auch nicht zur Abnahme von Straftaten. Also man muss große Fragezeichen hinter den sogenannten Abschreckungseffekten machen, aber an den wird geglaubt. Und das hat jetzt Karriere, das ändert sich. Das war vor 30 Jahren, vor 50 Jahren, da gab es Strafrechtsreformen, völlig anders. Damals herrschte eine rechtswissenschaftliche Überzeugung, das Strafrecht ist, in engen Grenzen zu halten, ist zu liberalisieren, muss man vorsichtig mit umgehen, ist ein gefährliches Instrument. Jetzt, heute, geht jeder sich fortschrittlich wähnende Rechtspolitiker hin und sagt, wir brauchen einen neuen Straftatbestand. Das ist unbedingt wichtig. Das ist eine kleine Variante und das muss der Bundestag jetzt beschließen. Das ist quasi so die Entwicklung innerhalb dieser, also dieser Rechtskultur, will ich schon fast sagen. Ich meine, das ist ja auch interessant, dass wir jetzt so organisch hier zu diesem Thema gekommen sind. Sie verstehen sich ja selbst auch als Beobachter des Rechts und der Gerichte. Sie sagten zum Beispiel auch, dass sich die Rechtskultur verändert. Und vielleicht könnten Sie einmal erklären, was Sie genau damit meinen, dass sich die Rechtskultur verändert. Ja, die Rechtskultur ist ein großes Wort. Es ist noch zu groß für das, worüber wir eben gesprochen haben, obwohl das auch schon ganz schön weitreichend ist. Also die Rechtskultur bezieht sich natürlich auch auf Ergebnisse der Digitalisierung, der Internationalisierung, der Positivierung, um ein paar Fremdworte da ins Gespräch zu werfen. Also man kann Gesetze über die Parlamente auf Vorlage von Regierung und Verwaltung machen nach, das ist ein bisschen böse, wenn ich das sage, nach Belieben. Denn die Parlamente prüfen nicht. Sie können nicht prüfen in der Mehrzahl der Gesetze. Die sind zu technisch. Die werden gewissermaßen durchgewunken, im Paket behandelt und ganz selten kontrovers diskutiert. Wer macht denn die Gesetze da? Naja, der Gesetzgeber ist natürlich der Bundestag. Ich wollte gerade sagen. Jetzt, ja. Aber die lesen es nicht. Theoretisch. Ja, ich will den Abgeordneten nicht zu nahe treten, aber es ist mir selber nicht gelungen, das Infektionsschutzgesetz in seinen drei bis vier Novellierungen mit Begründungen und Tatbeständen, die immer länger werden und immer geschwätziger werden, zu lesen. Also ich habe Verständnis dafür, dass man, und es geht auch gar nicht anders, die sind im November 2021 in ihren wesentlichen Verschärfungen besprochen worden. Und besprochen in drei Tagen. Durchgewunken in Sitzungen. Und Sie sagen, das ist gar nicht möglich, diese Texte umfassend zu lesen und zu prüfen, kritisch zu prüfen. Auch einfach aufgrund der Länge und Komplexität vermutlich. Ja, muss man so sehen. Das ist ein offenes Geheimnis. Die Eingeweihten haben das seit vielen Jahrzehnten gesagt, die Gesetze werden im Rechtsausschuss gemacht. Aber also in einem Mittelding, könnte man sagen, zwischen Verwaltung und Parlament. Unter wenigen Beteiligten. Und das galt eigentlich auch als Garant für Sachlichkeit, die man darin vermutete, sodass, es war schon immer klar, dass gewisse gesetzliche Neuerungen nicht die allgemeine Zustimmung finden. Also um das übliche Beispiel des Universitätsunterrichts zu nehmen, die Abschaffung der Todesstrafe stößt in Klammern vermutlich nicht auf allgemeine Zustimmung. Sie meinen jetzt, wenn man eine Umfrage in der allgemeinen Bevölkerung durchführen würde? War auch im Übrigen nach 1945, wo das in Deutschland geschehen ist, nicht so. Also es gab eine breite Fraktion. Also bei den Nürnberger Prozessen wurden ja noch Todesurteile vollstreckt. Man erwartete das auch. Also das ist vielleicht einer der Gründe, der den Eichmann-Prozess in Jerusalem hat stattfinden lassen. Möglicherweise weiß es nicht, was dabei rausgekommen wäre. In der Bundesrepublik Deutschland hätte ein Gericht auch für einen untergeordneten Befehlsgeber oder sowas ähnliches eine Bewährungsstrafe verhängen können. Das wirkt dann irgendwie nach außen hin unangemessen. Also sagen wir mal so, es gibt Ergebnisse, die entsprechen nicht der allgemeinen Vorstellung. Und das Rechtssystem ist natürlich, Ausdifferenzierung heißt das heutzutage, darauf angelegt, sich zu verselbstständigen. Vielleicht noch eine kleine Zwischenfrage. Es ist doch auch eigentlich in Ordnung, dass unser Rechtssystem nicht dem populistischen Eifer oder der Mehrheit einfach, also dass das Rechtssystem auf die Mehrheitsmeinung aufbaut. Das wäre wahrscheinlich nicht gut in vielen Fällen. Vor allem, weil die Mehrheitsmeinung auch sich bewegt, wie so ein Fähnchen im Wind ist. Mal so, mal so, kommt auf die Thematik an. Also ist es doch eigentlich gut, dass das Rechtssystem sich nicht an der Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung orientiert. Ja, gleichzeitig muss es, wie Sie andeuten, verständlich sein. Also ich habe in jedem Strafprozess zwei Laienrichter, Richterinnen, Schöfinnen dabei sitzen. Das ist, also früher war das verpflichtend, ein Gremium von fünf Richtern, die gleichberechtigt sind. Also die Laienrichter sind nicht weniger wert als die Berufsrichter. Und das, was man da verhandelt und die Strafen, die man verhängt, die müssen, und da sagt noch die Strafprozessordnung was Besonderes, also die müssen einer qualifizierten Mehrheit dieses Gremiums entsprechen. Wenn zwei von fünfen für Freispruch plädieren, dann ist es das schon. Eine qualifizierte Mehrheit? Ja. Und wieso? Ich hätte jetzt gedacht, drei. Ja, das wäre die Mehrheit. Okay, es muss eine Qualifizierung. Ach so, wenn du... Ja, ja, für Freispruch. Also bei Verurteilung ist es noch ein... Ja, gut, also wir kommen in die Details des Beratungsrechts hinein. Und darüber ließe sich viel sagen, aber der reformierte Strafprozess, und dann sind wir im 19. Jahrhundert, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, das war die Zeit der Aufklärung. Der reformierte Strafprozess stellte sich vor und ging davon aus, dass Strafe ein Übel ist. Und dass es besser ist, dieses Übel nicht anzuwenden. Und deswegen, wenn es gewichtige Stimmen gibt, von mehr als einem, die dagegen sprechen, dann soll man das so nehmen. Man muss das, also in Amerika ist das ja üblich, muss auch nicht begründet werden. Ich glaube, was ich daran interessant finde, ist, dass das Fundament, also wie man mit Strafe umgeht, vielleicht anders ist als heute. Wenn wir nochmal auf die Ursprungsfrage zurückkommen, Rechtskultur. Also Sie sagen, damals ist man davon aus, Strafe ist etwas Schlechtes. Und wenn es nicht sein muss, oder wenn ein Zweifel besteht, dann wird man sie nicht anwenden. Und da frage ich mich, ob es heute auch diese, sagen wir mal, fundamentalen Überlegungen gibt über Strafe, Gefängnis. Sie hatten ja schon jetzt auch gesagt, ja, Gefängnis, oder dass es präventiv wirkt, ja, darüber lässt sich streiten, ja, auch wenn viele Leute das noch glauben. Also diese fundamentalen Gedanken über Recht, Rechtsprechung, haben die sich denn verändert? Oder würden Sie sagen, nein, das wird immer noch so gelehrt und auch angewendet in den Gerichtsseelen? Gelehrt wird es so. Die Strafrechtswissenschaft hat sich, gut, ich will zurückhaltend sein, man kennt nicht alles und es gibt da, aber insgesamt kann man sagen, die hat sich nicht verändert. Also die Zweifel am Vollzug von Freiheitsstrafen, die Untersuchungen zur schädlichen Wirkung des Vollzugs von Freiheitsstrafen sind inzwischen vorhanden, bekannt, werden diskutiert und an deren Ergebnissen besteht eigentlich kein wissenschaftlicher Zweifel. Aber die Aufnahme in der allgemeinen Meinungsbildung, die ist anders geworden. Also ich habe Zeit meines jugendlichen Lebens und auch in der Zeit, als ich als Richter anfing, den Eindruck gehabt, das Strafrecht, also ich will nicht sagen, es stirbt ab, solche Thesen gibt es auch, aber es wird weniger. Es wird einfach deswegen weniger, weil auch, sagte man dann nun, Großstadtgerichte, die verhängen überhaupt gar keine unbedingten Freiheitsstrafen, also ohne Bewährung mehr. Da kann man machen, was man will, da kommt man nicht ins Gefängnis. Das stimmte natürlich in dieser Form nie. Aber diese Kritik gab es auch. Das, was neu ist und was mich in den letzten drei Jahren, das ist ein Manifest geworden, aber es geht ein Stück weiter zurück, das ist die Leidenschaft, die ich beobachte und die man, wenn man will, populistisch nennen kann, Freiheitsstrafen vollzogen zu sehen. Das und zu sagen, da müssen Verfahren stattfinden, bei denen, und manche haben auch noch eine Vorstellung über die Höhe des Strafmaßes, Freiheitsstrafen verhängt werden. Meine erste Erfahrung, also meine persönliche, war dieser sogenannte schwarze Pumpe-Prozess, der am Landgericht in Frankfurt stattgefunden hat, obwohl er eigentlich nach Cottbus gehört hätte, aber, naja. Aber Sie haben doch bestimmt auch schon Leute ins Gefängnis gesteckt, oder? Ja, ja, ja. Gut, ich erwähnte zu Anfang den Fall des dreifachen Mordes. Diesen Angeklagten können Sie keinen Blumenstrauß in der mündlichen Verhandlung überreichen. Und man hat es, das ist auch eine persönliche Erfahrung, die man machen muss. Strafrecht ist ein scharfes Schwert und es muss geführt werden. Da sitzen nämlich die Angehörigen. Sie hatte, und das war ihr tödliches Vergehen, sie hatte einen Freund. War im Übrigen dann auch Verhandlungsgegenstand, da pflegen manche zu sagen, ach, das ist dann ein Totschlag unter mildernden Umständen. Aus Reidenschaft oder sowas. Ja, das ist der, also früher war das ja Ehebruch und darf ja überhaupt gar nicht sein. Und auch heute noch sind Männer bekanntlich, aber das ist, das ist jetzt geschlechtsspezifisch gar nicht zuzuordnen. Also man kann das so sehen, aber da gibt es ein öffentliches Interesse. Und ich verstehe dieses Interesse auch. Ich habe selbst verhandelt und im Umfeld erlebt solche Mordtaten, in denen Müttern die Kehle durchgeschnitten worden ist. Und dann fragen die Angehörigen, ich kann das auch. Was denkst du denn dazu? Und das kann man nur sagen, das ist Aufgabe der Justiz. Und dann muss die Justiz angemessen reagieren. Das sind Fälle, in denen wir haben dann die lebenslange Freiheitsstrafe. Die habe ich verhängt. Was ist lebenslang in Deutschland? 25 Jahre? Naja, praktisch sagt man 15 Jahre. Also im Regelfall. Wobei sie eine besondere Schwere der Tat im Urteil feststellen können. Und dann? Was hat das zur Folge? Dann wird die regelmäßige Strafaussetzung, die man sonst nach 15 Jahren erwarten kann, versagt. Also das ist... Und dann wird es einfach, ich will jetzt sagen, fast wie so ein Abo, einfach immer verlängert. Naja, nein, da sind Anträge auf Bewährung und kann man immer stellen. Aber die Beurteilungsgrundlage ist dann eine andere. Und in dem Fall jetzt von diesem amerikanischen Soldat? Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Ich habe das nicht. Man verfolgt ja die Vollstreckung nicht. Ah, okay. Also, soweit ich mich erinnere, haben wir die besondere Schwere der Tat im Urteil festgestellt. Und, wer soll ich jetzt sagen, das Publikum nimmt es mit Befriedigung auf. Aber ich verstehe schon, was Sie damit sagen wollen. Da fällt mir jetzt ein und jetzt merke ich schon selber, dass ich versuche, jetzt möglichst politisch korrekt mich hier zu äußern. Und zwar, ich merke, dass zum Beispiel bei diesen Straftaten, Gewaltstraftaten gegenüber jungen Frauen, die von Ausländern, Migranten, Asylbewerbern und so weiter begangen werden, auch für eine gewisse Empörung in der Bevölkerung sorgen. Vor allem, wenn man dann manchmal das strafmaßig anhört, Bewährung oder teilweise, wohl eher, vorbestraft, auch wegen sexueller Nötigung oder so, also eben keine Kleinigkeiten, sondern schwere Straftaten. Und dann hat er eine Frau oder ein junges Mädchen umgebracht und dann kommt alles erstmal raus. Dann weiß man, oh wow, der war ja vorbestraft, der hätte eigentlich abgeschoben werden müssen, bla bla bla. Und da fühlt sich ja die Allgemeinheit hat er dann den Eindruck, dass es nicht gerecht ist, wie man da umgeht. Wie ordnen Sie denn das, was ich jetzt versucht habe, hier zu formulieren, wie ordnen Sie das denn ein? Wird da noch angemessen, geurteilt oder unterliegen diese Urteile auch? Sie haben von einer gewissen Liberalisierung im Strafrecht gesprochen. Wie könnten Sie mir das irgendwie einordnen? Das war teilweise eine Liberalisierung, Abschaffung auch von Straftatbeständen. Und zu einem größeren Teil ist es vermutlich die Minderung in der Schwere von Tatfolgen, also Verhängung von Freiheitsstrafe etwa und die Neigung, Freiheitsstrafen zur Bewährung auszusetzen, die also in den Wirtschaftsstrafkammern soll ich sagen, die Regel ist, das bestimmt dort das Tagesgeschäft. Und ja, die anderen Beispiele, das sind eben keine Wirtschaftsstraftaten, da geht es nicht um Geld, sondern da geht es um Leib und Leben. Und ja, oft gibt es eine Differenz, das kenne ich, diese Diskussion, habe ich auch selber geführt, ihr seid so milde. Es gab mal eine Schöfin, die hat zu mir gesagt, man wird ja nirgends so freundlich behandelt wie vor Gericht, als Angeklagte. Ich weiß nicht, ob das stimmt und also ich meine, es wäre mir niemals in den Blick gekommen, Angeklagte gefesselt zu vernehmen, vorführen zu lassen und gefesselt zu lassen, was jetzt in der Corona-Zeit die Kolleginnen am Landgericht tun. Gefesselt? Gefesselt. Aber und was haben die mutmaßlichen Täter getan? Die haben eben dieses falsche Impfzeugnis ausgestellt. Und die werden gefesselt vor Gericht geführt? Also das ist auch diskutiert. Aber das sind wahrscheinlich Ausnahmen, müssen wir jetzt der Fairness halber sagen, oder? Ja, insgesamt ist natürlich die Untersuchungshaft immer noch eine Ausnahme, eine absolute Ausnahme im Strafverfahren. Und die Länge der Untersuchungshaft ebenfalls, das ist nicht quantitativ zu werden. Man kann nicht sagen, also das passiert jetzt jeden Tag. Aber dass es sowas gibt. Und das ist ja nur ein Beispiel dafür, Gerichte neigen an sich, so wie ich sie erlebt habe, zu einer Zurückhaltung in der Verfahrensführung und im Ausspruch schwerwiegender Folgen. Und das gehört auch, ich nenne es zum strafrechtlichen Handwerk dazu. Leider lernt man das an der Universität nicht, weil die ja praxisfern ist. Und man sieht nicht Betrüger, Mörder, Diebe oder sonst was, sondern hat immer einen abstrakten Fall. Und nach Strafzumessung, nach Rechtsfolgen wird nie gefragt. Und das kommt alles erst, wenn man im praktischen Geschäft ist und muss sich da ausbilden. Und das war natürlich in der Kaiserzeit, auch in der Weimarer Republik, von der NS-Zeit wollen wir mal gar nicht reden, anders. Die Bundesrepublik zwischen 1960 und 2000 hat sich liberalisiert, hat eine, nach meinem Eindruck, verträgliche Strafjustiz praktiziert, in der es auch immer wieder Fehler gab und andere Situationen. Aber das war ein Weg der Liberalisierung und es gab immer Kritiker, die gesagt haben, Vorsicht, das ist ein Zeitgeist. Das ist nicht das Recht selbst. Wenn der sich ändert, dann werdet ihr euch wundern. Also wenn der Zeitgeist sich ändert. Und würden Sie jetzt sagen, dass sich der Zeitgeist geändert hat? Ja, das sage ich, sonst wäre ich weder zu Christa gekommen, noch vermutlich säße ich im Moment bei Ihnen. Dann wären das alles spezifische, fachliche Fragen gewesen, wo man sich über die Veränderung von des Tatbestands zum Herstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse unter fünf bis sieben Strafrechtlern unterhält. Und das interessiert sonst auch keinen. Das ist jetzt aber anders geworden. Es ist gewissermaßen zum Haupt- und Staatsdelikt erhoben worden. Und es gibt auch, es gibt auch unter den Nicht-Juristen, ich lese das manchmal, Zuschriften, Proteste. Das sei eine ganz schlimme Sache. Das müsste exemplarisch bestraft werden. Und ja, das Besondere für mich ist, dass die Berufsrichter diese Auffassung übernehmen. Aber Sie sprechen ja jetzt davon, dass die Ärzte, die diese Atteste ausgestellt haben, eben quasi einem gewissen Zeitgeist unterliegen in der Rechtsprechung. Also so, ich habe es jetzt mal umformuliert, aber ursprünglich hatte ich ja gefragt, ob diese Urteile, die bei diesen sehr schwerwiegenden Gewaltakten eben sehr lax ausfallen, zumindest was die Allgemeinheit, wie die Allgemeinheit das bewertet, sind, ob sie da auch einen Trend sehen oder eher nicht im Strafrecht. Weil wir haben ja auf der einen Seite, sagen Sie, man will Freiheitsstrafen verhängen, man hat sehr hohe, auch dass man sehr lange in der Untersuchungshaft sitzt, weil man eben diese Urkunden ausgestellt hat. Und auf der anderen Seite sage ich, okay, wir haben zum Beispiel Migranten, Asylbewerber XY, die ein langes Register an Straftaten haben und dann, weil etwas ganz Schlimmes passiert ist, fällt es dann auf und die Allgemeinheit sagt, wow, was ist hier eigentlich schiefgelaufen? Also wo, also wie kann man das einordnen? Naja, Sie fragen einen altgewordenen Strafrichter. Die milden Freiheitsstrafen kann ich umstandslos rechtfertigen. Da pflege ich zu sagen, du musst bei der Strafverhandlung dabei gewesen sein, du musst die Akten kennen. Das lässt sich nicht von außen einfach so sagen. es sind, ich kenne die Diskussion, es waren aber Jugendstrafsachen. Ja, es gehen dann 18-Jährige mit 16-Jährigen in einer Weise um, in der die das nicht erwarten können und die auch ein schlimmer Übergriff ist. Aber, könnte man jetzt sagen, Komfort. Ich will das nicht, also das sind schwierige Fragen am Einzelfall zu beantworten. Man kann nicht sagen, also für die sexuelle Nötigung oder für die Vergewaltigung, da gibt es, also ich meine, ich habe das in meiner Strafrechtspraxis mal im Übrigen von den Strafrichterinnen gelernt, ein bisschen Vergewaltigung gibt es nicht. Da sagen wir nicht, ach, das kommt schon mal vor. Das sind Verbrechen und das muss entsprechend geahndet werden. Die Sexual- Strafrechtsreformen haben zu einer Fülle von Tatbeständen geführt, bei denen man von meinem Alter aus gesehen fragen kann, wie schwer wiegt denn das alles im Verhältnis? Und bei denen man in der Tat, meine ich, Zweifel haben kann an den Forderungen, die erhoben worden sind, rechtspolitisch, von Feministinnen oder überhaupt vom Publikum. Das würde ich auch sagen, dass das ein gewisser Zeitgeist ist, der Einzug in die Rechtsprechung und auch in die Gesetze gehalten hat. Kann man doch so sagen, wenn man jetzt an so Dinge denkt wie MeToo und so weiter. Das ist ja jetzt quasi nur die Social-Media-Spitze des Eisbergs. Aber diese ganzen Gesetze, von denen Sie jetzt gesprochen haben, das hat ja auch quasi etwas mit dieser feministischen Bewegung zu tun. Also unterliegt ja das Recht irgendwie dann auch immer in gewisser Weise dem Zeitgeist oder nicht? Ja, natürlich. Also das Strafrecht ist eine Geschichte seiner Reform. Das ändert sich dauernd. Aber wir waren der Ansicht vielleicht falsch. Es entwickelt sich, es ändert sich in eine Richtung auf Liberalisierung. Und das kann man sicherlich beurteilen, wenn man das 18. Jahrhundert mit dem heutigen vergleicht. Also die Härte der Strafen zum Beispiel, sodass wir auch keine Todesstrafe mehr haben oder sonstige komische Foltermethoden. Das liegt auch noch etwas sehr viel weiter zurück. Aber sagen wir mal Faust 1, wie alle wissen, wäre nicht mehr möglich. Jetzt werde ich natürlich erwischt. Ich weiß es nicht, wie in Faust 1 bestraft wurde. Gretchen wurde wegen der Abtreibung mit dem Tode bestraft. Da wird uns klar, die Todesstrafe ist abgeschafft und Gretchen würde, aber wie auch immer der Tatbestand aussieht, heute anders behandelt werden. Ja, es wäre kein Straftatbestand mehr. Ja, gut, da muss ich gedehnt drauf antworten, aber den Straftatbestand als solchen gibt es noch. Das stimmt, ja. Aber normalerweise wird der nicht angewandt. Aber viele Straftatbestände, die nicht angewandt worden sind, sind in den letzten drei Jahren plötzlich zu einem Leben erweckt worden, das ich mir nicht habe vorstellen können. Genau, da kommen wir auch noch zu dem Thema, was mich ja auch wirklich brennend interessiert, das Thema, also Überbegriff Äußerungsdelikte, ich finde es auch eine wunderschöne Beschreibung, da geht es darum, um das verbale Vergehen, ja, also wo die Straftat tatsächlich das gesprochene Wort ist. Und sie haben jetzt gerade über Gesetze gesprochen, die früher nie angewendet wurden oder nur ganz, ganz selten und vorsichtig und eines dieser Gesetze ist der 130er im Strafgesetzbuch, das Volksverhetzungsgesetz, sagen wir es mal so. Und sie haben, wie jetzt schon angedeutet, selbst gesagt, es wurde früher selten, vorsichtig und zurückhaltend angewendet und heute erfreut er sich einer besonderen und nachdenkenswerten Beliebtheit. Außerdem wurde der 130er auch fortlaufend erweitert und nicht nur, um aus Schriften Inhalte zu machen, was nachvollziehbar ist, aufgrund der Digitalisierung, okay, das kann man irgendwie verstehen, sondern es wurde auch ein ganzer Absatz hinzugefügt, das war jetzt auch erst 2021 oder 2022. Ja, Ende 2022. Genau, und da würde ich Sie auch mal gerne fragen, welche Rolle denn dieser Paragraf, also vor allem der 130er, der ist ja auch sehr speziell natürlich auch, was der Kontext der deutschen Geschichte angeht, man kann sich das vorstellen, aber was dieser Paragraf heute für eine Rolle spielt in der Rechtsprechung und warum er sich einer, wie Sie sagen, nachdenkenswerten Beliebtheit erfreut. Man kann sich das von außen angucken, dann wird man feststellen, dass Paragraf 130 inzwischen aus sechs Tatbeständen, die in sich auch noch gestuft sind, besteht. Der letzte Absatz ist vor noch nicht einmal einem Jahr hinzugefügt worden und der ganze Tatbestand umfasst mehr als eine übliche Druckseite. Absolut, ich habe ihn mir ausgedruckt und er ist lang, er passt auch nicht auf eine Seite drauf. Er bezieht sich auf viele andere Absätze, was Sie gerade gesagt haben. Das ist typisch für den gegenwärtigen Stil des Gesetzgebers. Sie sagten zu Anfang Veränderung der Rechtskultur. Ich nenne es der Gesetzgeber wird geschwätzig. Man meint genau zu sein und ist das Gegenteil. Also 130 hat sagen wir mal drei Phasen. Die erste ist die bismarckische Sozialistenverfolgung der 1870er Jahre Absatz 1. Damals hieß es Anreizung zum Klassenhass. Heute haben wir daraus Volksverhetzung ist ja nur ein populäres Wort. Es kommt als solches gar nicht im Gesetzestext vor, aber das ist so die Überschrift, die wir dem Ganzen geben. Und das ist umformuliert erweitert auf abgrenzbare Gruppen der Bevölkerung erstreckt. Da war man dabei zu überlegen, ob es gewissermaßen die Juden sein könnten. Der Tatbestand hat aber außerdem noch die eigentlich schwierige Voraussetzung eine Gefährdung durch die Äußerung. Man wollte nicht nach der Aufklärung des 18. Jahrhunderts Zensurdelikte, Zensurtatbestände einführen, sondern hat gesagt, das muss schon eine irgendwie fühlbare tatsächliche Bedeutung haben. Also man kann sich das überlegen, wenn der amerikanische Präsident vor dem Kapitol und einer johlenden Menge steht und sagt, geht da mal hin, guckt euch mal an, was die mit eurem Willen machen. Auch das ist eine Auslegungsfrage, die man unter dem Stichwort Anstiftung fassen könnte. Die Anstiftung ist ein Äußerungsdelikt. Die Volksverhetzung ist noch ein vorgelagertes Delikt und wir haben es verändert und zwar seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts zu einem ich neige inzwischen dazu, das als nachgelagerte Zensur zu bezeichnen. Verboten war die Auschwitz- Neugnung und einer der bekanntesten Straftäter ist Horst Mahler, der gewissermaßen eine Figur der Zeitgeschichte ist und ein alter Mann und den muss man nicht bemitleiden. Man darf sich aber überlegen, ob eine Gesamtstrafe von zehn Jahren und drei Monaten oder sechs Monaten, die da vollzogen worden ist, eine angemessene Rechtsfolge ist. Wobei man sagen muss, er war ja Wiederholungstäter. Ja. Er kann nicht anders. Genau, waren ja seine Worte, glaube ich. Und was ich sehr interessant fand an diesem Gesetz, Sie haben ja auch in Ihrer Sendung mit einer Frau, die ihre Dissertation zu diesem Thema geschrieben hat, sich darüber unterhalten. Und was ich da so interessant fand, ist, dass Sie sich an der Begrifflichkeit, ich kann es jetzt nicht ganz formulieren, Sie werden mich korrigieren, es muss irgendwie reichen zum Stören des öffentlichen Friedens. Ja. Also das ist ja noch ein interessanter Punkt bei diesem Paragraph. Und wie man den öffentlichen Frieden stört, ist ja Auslegungssache. Also das ist ja wirklich sehr schwierig. Sie hatten gerade das Beispiel mit Trump, wenn er das sagt, okay, das ist Aufstachelung, Störung des öffentlichen Friedens, okay, kann man irgendwie nachvollziehen. Aber da gibt es ja Nuancen, also ein unglaubliches Spektrum an diesen Möglichkeiten. Aber vielleicht können Sie dann noch mal erklären, warum aus Ihrer Sicht dieser Paragraph, der unglaublich lang geworden ist, also Sie haben ja gesagt, was sind sechs Paragraphen oder sowas? Sechs Absätze. Ah ja, sechs Absätze, ah ja, genau, sechs Absätze und ja, warum Sie den als so problematisch sehen, ob es die Geschwätzigkeit ist oder ob es diese Bezeichnungen sind oder Beschreibungen wie, dass es zur Störung des öffentlichen Friedens kommen kann. Also was ist genau das Problem an diesem Paragraph? Das Problem besteht genau darin, dass in der Praxis diese Eignung zur Störung wegpraktiziert wird. Also das ist die schon erörterte Beeinflussung über Polizeiarbeit plus Ausfall der staatsanwaltlichen Rechtskontrolle. Die bloße Erwähnung von Worten die man in Verbindung bringen kann mit der NS-Zeit soll derzeit ausreichen eine Strafbarkeit und da kann man sich dann aussuchen ob man Absatz 2 Absatz 3 oder 4 nimmt man sagt dann und die Fälle werden verhandelt der Davidsstern mit Aufschrift Impfen macht frei ist eine Verharmlosung und die Verharmlosung ist eine Inabredestellung des Holocaust und das ist dann ein Delikt nach Absatz 4 Man sagt und es geht immer weiter die Berufung auf den Nürnberger Kodex als Grundlage zur Beurteilung ärztlicher Versuche mit Impfstoffen ist eine Berufung auf Praktiken der NS Zeit die es eigentlich gerade nicht ist also man kann diese Berufungen auch alle immer als fehlplatziert ansehen und sagen ich würde das nicht machen es werden Angeklagte verurteilt die sagen wir hatten zum ersten Mal seit 80 Jahren wieder eine Ausgangskontrolle die aber nicht Juden sondern Ungeimpfte betraf und ist in derselben Situation also das wird alles das sind das ist Oppositionsrede gegen Corona Praxis Gesetzgebung und allerlei Äußerungen die damit zusammenhängen kann man teilen muss man nicht teilen die Zuordnung zu Paragraph 130 ist etwas das man sich vor fünf Jahren nicht hätte vorstellen können das aber jetzt umstandslos praktiziert wird und auch von Generalstaatsanwaltschaften unterstützt wird also wie Sie selber sagen man muss das nicht gut finden aber es geht ja darum die Frage zu stellen oder die Freiheit zu haben es sagen zu dürfen und dass sich das eben in den letzten fünf Jahren stark verändert hat und eben dieser Paragraph dafür angewendet wird nun frage ich jetzt mal ist es denn dann eine Art Zensurparagraph geworden also ich will jetzt auch nicht übertreiben oder pathetisch klingen oder sowas aber wenn der jetzt in dieser Breite angewendet wird und Sie nur damit es auch alle wissen Sie sprechen natürlich von Fällen die tatsächlich stattfinden selbstverständlich ja und wo auch das ist vielleicht auch noch wichtig wird denn da verurteilt auch oder okay gut es kommt drauf an muss man sagen ich bin auch mit Verteidigung im Gespräch die dann und wann Freisprüche erwirken aber es wird oft bedenklich oft verurteilt also ist das jetzt eine Form von ja ich sag frag einfach mal ist es jetzt eine Form von Zensur Paragraph naja da gibt es dann die akademische Unterscheidung Zensur ist die vorgelagerte Kontrolle von Texten die darfst du dann gar nicht veröffentlichen und es gibt das setzt sich jetzt fort über internationale Regelungen Digital Service Act und ähnliches man sagt dann ja Straftatbestände das ist ja nur was ganz Schlimmes wenn die verletzt werden dann muss man natürlich reagieren und die Sachen löschen die Leute zur Verantwortung ziehen die sowas in einen Chat gestellt haben und ähnliches unterschlagen wird die maximale Interpretation die bei der Annahme solcher Straftatbestände eine Rolle spielt und das kann man in der Geschichte der Äußerungskontrolle nachgelagerte Zensur nennen ist natürlich in der Tat eine Frage ich brauche das Wort Gleichschaltung nicht Gleichschaltung ist was nicht bei allen so ankommt die Abschaffung des föderalen Systems durch die NS Verwaltungspraxis und Gesetzgebung und passt nicht auf das was gegenwärtig von manchen in Medien oder Regierung oder Parteien so bezeichnet wird und würde vermutlich aber das weiß ich auch nicht noch nicht zu einem solchen zu einer solchen Zuordnung führen ich kann nur raten wenn Texte verfasst werden guck erst mal ob die irgendwo in einem Wörterbuch des Unmenschen nun sollte man das vielleicht sowieso mal gelesen haben aber ob die da auftauchen ob sie irgendwie einen Bezug haben könnten das was da passiert ist vielleicht weniger Zensur als Tabu viele haben heute ein Bedürfnis zur Tabuisierung und zu sagen ich würde das nicht machen du sollst das nicht machen und wenn es irgendwo passiert und es in die Nähe gerückt wird dann will ich das nicht aber es ist ja ein Tabu ist ja etwas anderes als ein gesetzliches Verbot richtig weil ein Tabu wird ja über ja über unsere über das soziale über unsere Gemeinschaft irgendwie ausgeübt und ein Verbot über das Gesetz knallhart würde ich jetzt sagen und ich meine ich bin sage ich ja auch ich bin ja was Meinungsfreiheit angeht ein absolutist ja sie kennen ja auch das amerikanische Gesetz die Verfassung dort und ich finde dass das tatsächlich auch einfacher ist damit umzugehen aus meiner Sicht müssen sich ja dann die ganzen Gerichte gar nicht mehr mit diesen ganzen Äußerungsdelikten in diesem Umfang auseinandersetzen ich weiß in Amerika gibt es selbstverständlich auch Ausnahmen ja ich glaube Beleidigungen Diffamierung also es gibt es gibt dort auch natürlich Einschränkungen praktische Einschränkungen selbstverständlich aber eben nicht in der Form wie wir sie hier in Deutschland haben die zum Teil historisch kulturell natürlich nachvollziehbar sind aber die Art und Weise wie sie angewendet werden sind aus meiner Sicht problematisch ja weil wir sind schon so gegen Ende und ich hätte eigentlich noch so viel mehr Fragen an sie aber ich würde gerne von ihnen jetzt wissen wir haben jetzt ein bisschen verstanden dass sich die Rechtskultur gewissermaßen auch dem Zeitgeist anbietet oder anpasst was vielleicht auch ganz normal ist irgendwie nachvollziehbar sie sagen dass gewisse Unverhältnismäßigkeiten bestehen dass man vielleicht auch gerne mal eine Freiheitsstrafe ja dass man die auch gerne einsetzt und nicht so zögerlich ist wie das vielleicht früher der Fall war dann ich würde von ihnen aber gerne nochmal wissen mit all der Erfahrung und sie beschäftigen sich damit also nicht mehr in Praxis aber in der Theorie und unterhalten sich auch mit vielen Verteidigern wie ist denn ihr Vertrauen noch in den deutschen Rechtsstaat Rechtsstaat mein Vertrauen in den Rechtsstaat ist ungebrochen sonst würde ich nicht mit ihnen darüber reden und ich würde darüber auch mich nicht weiter ärgern dann könnte man sagen naja das haben wir schon immer gewusst also der Rechtsstaat geht falsche geht merkwürdige geht kritikwürdige Wege das ist nicht zum ersten Mal so das begleitet den Rechtsstaat der ja eigentlich als praktische Verfahrensform ein Erzeugnis des 19. Jahrhunderts ist und noch nicht so alt ist solange es ihn gibt und ja ich rede darüber eigentlich mit der Absicht Vertrauen in den Rechtsstaat zu erhalten und zu sagen wir müssen Verfahren selbst dann führen wenn die Gerichte zu Ergebnissen kommen die man selbst für falsch hält und die vielleicht auch sich rechtswissenschaftlich nicht halten lassen so ist es und warum müssen wir das tun um das Gericht auch hat es dann so eine gewisse Korrekturschleife dadurch also auf eine lange Sicht gesehen vielleicht ich denke ja das ist eine eine schöne eine versöhnliche Umschreibung ja eine Korrekturschleife es dauert Jahre es dauert unter Umständen viele Jahre und die vielberufene Aufarbeitung kann man sich nicht anders vorstellen als die Aufarbeitung des NS Unrechts die fand nicht in den 50er Jahren statt aber jetzt Vorsicht jetzt haben Sie einen Vergleich gezogen den erlaube ich mir also das ist die Frage der Entwicklung des Rechtsstaats und ich würde mal sagen das ist inzwischen auch Kommonsens also der BGH hat es in Strafrechtsurteilen über die Rechtsbeugung zum Entscheidungsinhalt gemacht der Bundesgerichtshof hat leider die Aufarbeitung der NS Vergangenheit da ging es um richterliches Handeln Strafzumessung nicht geleistet das geschah dann in einem Urteil aus dem Jahr 1995 also Jahrzehntel später das heißt die ganzen Menschen zu denen ich auch gehöre die eher ungeduldige Natur sind die dann sagen wo bleibt die Aufarbeitung wo bleibt die Aufarbeitung erstens wird es noch viel länger dauern und zweitens sollte man nicht seinen Atem anhalten Nein es wäre völlig falsch zu sagen in den 50er Jahren hätte es keinen Rechtsstaat gegeben den gab es der war anders beschaffen die Beteiligten haben auch keinen Anstoß daran genommen überwiegend jedenfalls an der Richtung die da praktiziert worden ist Herr Seibert vielen Dank für diesen Einblick in die deutsche Rechtskultur und die Entwicklung das war sehr interessant auch sehr anspruchsvoll muss ich sagen aber ich lerne da doch immer wieder was Neues dazu und merke auch wie wichtig das eigentlich ist schon ein gewisses Grundverständnis für so juristische Vorgänge zu haben in Deutschland um einfach alles ein bisschen besser zu verstehen also so so denke ich darüber und da würde ich mir auch wünschen dass ich da vielleicht noch mehr verstehe aber solche Gespräche helfen mir natürlich ich würde jetzt den Leuten da draußen gerne den den die Sendung der Rechtsstaat auf Kontrafunk empfehlen weil das ist sehr praxisnah weil sie sich eben auch mit Anwälten unterhalten aber auch mit Personen die eine Dissertation über den 130er schreiben und es ist fachlich ja aber man kann mit kommen und es ist absolut nachvoll also man kann man kann es verstehen so will ich es sagen also Herr Seibert vielen lieben Dank für Ihre Zeit und ja ich sage Dankeschön ich danke Ihnen auch Vielen